hallo meine freunde ja ich hatte ja angekündigt dass eigentlich ein informationsvideo rauskommt das sollte eigentlich gestern rauskommen habe ich gestern nicht mehr geschafft kommt jetzt halt ja meine freunde es ist einiges passiert vor allem am samstag ich würde erst mal nicht aufschiff gehen ich bin nämlich jetzt krank und es gab es noch ein paar andere der schwere ja sagen wir mal schicksalsschläge am samstag kam alles zusammen es wird jetzt erstmal für euch wird sich was ändern ich habe jetzt noch 14 folgen schon vorproduziert gehabt die werden jetzt jeden zweiten tag wird eine folge kommen und ich werde dann je nach zeit und lust wird ein anderes projekt oder andere spiele einzelfolgen worauf ich gerade so lust habe mal was aufzunehmen wird nicht unbedingt immer neu starten vielleicht habe ich einfach mal lust eine runde ähm ähm ls ja zum beispiel ls zu spielen oder einfach mal eine fahrt im euro truck simulator oder auch mal eine runde pub g oder ähm jurassic world ich weiß jurassic kam nicht so gut an bei euch klar das klientel ist ja mehr halt auf transport fieber da das ist der das hauptbein meines kanals ähm ich möchte mich bei diesen auf diesem weg auch noch mal ganz herzlich bei allen 569 abonnenten bedanken die jetzt mittlerweile schon hier sind der wachstum im moment etwas stagniert ich wie gesagt ich hatte jetzt nicht viel zeit mod vorstellung möchte ich gerne wieder machen auch schon mods die länger draußen sind möchte ich euch nochmal gerne vielleicht vorstellen ähm immer noch viele fragen zu teilweise einzelnen mods die eigentlich schon ewig draußen sind wie die eigentlich funktionieren ähm da wird noch ein bisschen was kommen ich möchte mir persönlich aber keinen stress machen ähm weil ich halt jetzt echt wirklich viel andere sachen um die ohren habe ähm deswegen alle zwei tage 12 uhr transport fieber das ist sicher für euch und ähm wenn sich irgendwas ändert sage ich euch wieder bescheid und ansonsten an den tagen wo eigentlich dann keine folge kommt werde ich mal gucken so gut ich wie ich schaffe dass da äh irgendwelche anderen folgen kommen irgendwas mal gucken worauf ich gerade so lust habe dass vielleicht auch vorschläge wenn ihr gerne etwas sehen wollt oder so bitte sagt mir bescheid da kann ich mal gucken ob ich das ob ich das umsetzen kann jetzt ein spiel kaufen oder so ist nicht das problem ähm muss halt nur auch zu mir passen so das erstmal so viel dazu ich bedanke mich erstmal für euer verständnis ähm im prinzip ist es ja sogar für euch erstmal eine gute nachricht es kommt alle zwei tage jetzt transport fieber ähm und dann schauen wir mal weiter ich halte euch auf dem laufenden danke für euer vertrauen und ihr seid geil macht's gut bis dahin haut rein ciao ciao